Moin, am 5. März ist Bürgermeisterwahl bei euch in Rauenheim. Ich möchte euch herzlich aufrufen, geht zur Wahl und ich möchte euch auch sagen, wen ich unterstütze. Meine Unterstützung gilt David Rendel, dem Kandidaten der SPD. David ist tief verwurzelt vor Ort in Rauenheim. Als Stadtverordnetenvorsteher und Ehrenamtler im Sport kennt er die Zivilgesellschaft aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Als Diplom Finanzwirt kann er mit Zahlen umgehen und das Beste für die Kommune rausholen. Als langjährig Beschäftigter in verschiedenen Aufgaben der Politik kennt er das politische Geschäft aus dem FF. Kurzum, David bringt alle Voraussetzungen mit, die man braucht, um Rauenheim gut in die Zukunft führen zu können. Deshalb geht bitte am 5. März wählen. Gebt eure Stimme David und damit einem, der aus Rauenheim kommt und für Rauenheim das Beste rausholen kann.